Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steffis Duftbar. Heute mal ein etwas anderes Video, weil Steffi ist in Rage. Was heißt in Rage? Ist vielleicht übertrieben, aber es häuft sich an. Und ein Teammitglied von mir hat eine Nachricht bekommen, mal wieder, mit dem tollen Satz, was machst du da eigentlich? Bist du verrückt? Sensi, das ist doch ein Schneeballsystem, Pyramidensystem, wie auch immer. Nein, um Gottes Willen. Und ich bin der Meinung, wir müssen einfach mal für ein bisschen Aufklärung sorgen, denn Sensi ist kein Schneeballsystem. Alle die, die diesen Satz verwenden, erst mal die Frage an euch. Habt ihr euch mal informiert, was ein Schneeballsystem ist? Ja, meistens spricht da nämlich einfach schlichte Unwissenheit. Ja, das ist ein Wort, man hat es mal aufgeschnappt. Oh Gott, oh Gott, Direktvertrieb, Schneeballsystem. Nein, nein. Sensi ist der geilste Arbeitgeber, den man haben kann. Und ich erkläre euch mal kurz den Unterschied zwischen einer Firma, einer extrem erfolgreichen Firma weltweit, ja, international, die sogar zum besten Arbeitgeber für Frauen in Amerika gewählt wurde. Meint ihr ernsthaft, dass ein Schneeballsystem das schaffen kann? Ja, aber erst mal die Frage, was ist denn ein Schneeballsystem? Die wenigsten von euch, glaube ich, wissen das. Ein Schneeballsystem ist, Punkt eins, illegal. In Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Warum? Weil der Kunde verarscht wird. Im Endeffekt ist es so, ja. Das heißt, ich habe einen Apfel, den verkaufe ich an die Leute für 50 Cent. Mein Teammitglied muss für diesen selben Apfel 1 Euro bezahlen, damit dieses Teammitglied auch was verdient und ich natürlich auch meine 50 Cent noch kriege. Wenn mein Teammitglied auch wieder ein neues Teammitglied hat, kostet der Apfel dann nicht mehr 1 Euro, sondern 1,50 Euro, damit mein Team was verdient und ich. Also muss der Kunde im Endeffekt mehr dafür bezahlen, für dieses Schneeballsystem. Wieder ein neues Teammitglied kostet der Apfel 2 Euro, beim nächsten 2,50 Euro. Das heißt, der Kunde zahlt quasi das Gehalt von den untenliegenden. Und irgendwann sind wir dann mal an einem Punkt, da muss der Kunde 10 oder sagen wir mal übertrieben 100 Euro für einen Apfel bezahlen. Und dann steht der Wert von diesem Produkt nicht mehr im Verhältnis zu dem Preis. Und deswegen ist ein Schneeballsystem illegal in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Was hat Sensi damit zu tun? Wie kommt Sensi mit diesen Gedanken in Verbindung? Ich erkläre euch kurz, wie es bei Sensi läuft. Bei Sensi kostet eine Duftlampe 35 Euro. Diese Duftlampe kann man jetzt bei mir für 35 Euro kaufen oder bei einem meiner mittlerweile über 100 Teammitglieder. Und da ist es egal, in welcher Reihenfolge, wann die angefangen haben, vollkommen wurscht die Rahmenbedingungen. Denn dieses Produkt kostet bei allen Beratern 35 Euro. Ihr entscheidet nur, welchen Berater ihr auswählt. In Service, in Sympathie. Wer gefällt euch? Wer wohnt vielleicht in der Nähe? Wer bietet einen tollen Service? Mit wem könnt ihr euch connecten? Seid ihr Mama? Dann sucht euch vielleicht eine nette Mama als Sponsorin oder als Beraterin. Aber das Produkt bei Sensi kostet für den Kunden immer gleich. Und auch die Teammitglieder. Es ist nicht so wie ich als Team-Mama. Natürlich verdient man als Team-Mama auch an seinem Team verhältnismäßig mit. Sicher. Aber dadurch hat keiner meiner Teammitglieder einen Nachteil. Im Gegenteil. Sie bekommen dafür einen tollen Support. Trainings, Bilder etc. pp. Haben einen Ansprechpartner. Aber diese Gebühr oder dieses Gehalt zahlt nicht das Teammitglied. Das Teammitglied bekommt trotzdem seine 20, 25, 30 Prozent. Je nachdem an welcher Stufe er angelangt ist. Die Provision dafür übernimmt Sensi für die Führungskräfte von Sensi. Das ist was, was den Gewinn von Sensi verringert. Was Sensi aber liebend gerne investiert für die Führungskräfte. Denn wir lernen natürlich auch die neuen Berater an. Wir begleiten die. Wir nehmen die bei der Hand. Und selbstverständlich wird man für so einen Job bezahlt. Sagen wir mal, der Chef von einem Unternehmen mit Sitz vor Ort. Der hat doch auch Mitarbeiter. Und oftmals ist dann ein Big Boss und der hat eine Filialleitung. Und diese Filialleitung wird auch dafür bezahlt, sich um die anderen Arbeiter zu kümmern und die einzulernen. Was anderes ist das da nicht. Aber es gibt dennoch einen riesen Unterschied zwischen einer normalen Anstellung und einem Direktvertrieb wie Sensi. Warum sag ich also, Sensi ist der geilste Job der Welt? Wenn ich in, wie ich früher in meinem Reisebüro saß, dann konnte ich mich noch so sehr anstrengen. Ich konnte die beste Verkäuferin, Beraterin des Monats, des Jahres, egal was sein. Am Ende des Monats hatte ich ein Gehalt stehen. Und ich habe noch so viel Kraft rein investieren können und so weiter. Ich hätte mich abrackern können. Ich würde niemals mehr wie mein Chef verdienen. Weil das einfach so ist. Man nimmt das hin als Arbeiter. Bei Sensi bekommt man das, was man verdient. Wenn die Leute engagiert sind und Lust auf den Job haben und ihre Partys machen und ihre Kunden gut betreuen, tollen Service bieten, die Teamis gut bei der Hand nehmen, kann man bei Sensi nach seiner Arbeit bezahlt werden. Und am Ende des Monats ist es sogar möglich, dass bei meinen Teammitgliedern ein höheres Gehalt steht wie bei mir. Oder dass bei mir ein höheres Gehalt steht wie bei der Star-Direktorin, die über mir steht. Versteht ihr, was ich meine? Das Coole ist, the sky is the limit. Je nachdem, wie viel man macht, wie groß man sein Team aufbaut, wie viele Verkäufe man macht, wie viele Partys mache ich und und und. Wie viel Zeit investiere ich? Wie viel Energie gebe ich dort rein? Ist bei Sensi das Gehalt nach oben nicht gedeckelt? Es ist niemals so, dass es sagt, okay, am Ende des Monats kannst du maximal Summe X verdienen wie in einem festen Angestelltenverhältnis. Wie muss man da bitteln und betteln, um vielleicht mal 5% oder 2% Gehaltserhöhung zu bekommen? Bei Sensi, dem Schneeballsystem, kann man mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Das ist einfach nur leistungsgerechte Bezahlung, was da funktioniert. Und das ist Meilen entfernt von einem Schneeballsystem. Also ihr merkt, das bringt mich in Rage, weil mich diese Unwissenheit, die einfach negativen Schatten auf unser Geschäft wirft, bringt mich in Rage. Ja, weil die Leute, bitte, wenn ihr einer von denen seid, die meinen, die Direktvertriebe seien Schneeball- oder Pyramidensysteme, überlegt doch vorher mal, bevor ihr ein Unternehmen schlecht macht. Überlegt mal, was ist das überhaupt? Informiert euch mal, macht Recherchen, bevor ihr solche Dinge rausschreit und es dort vielleicht den ein oder anderen Berater gibt, der denkt, oh Gott, was mache ich hier? Ich bin in meinem Schneeballsystem. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid bei Sensi, dem geilsten Unternehmen, was sie gesagt hat, in Amerika zum besten Unternehmen für Frauen, als bester Arbeitgeber für Frauen gewählt wurde. Würde das passieren, wenn wir ein Schneeballsystem wären? Nein, sicher nicht. So, jetzt beruhige ich mich wieder. Es war mir einfach ganz, ganz wichtig, das mal aufzuklären. Wo ist der Unterschied? Wo ist das Schneeballsystem? Wo ist ein extrem erfolgreiches Duftunternehmen, was so, so viele Menschen finanziell unterstützt? Was auch noch ein mega Vorteil ist, denn jeder Job hat irgendeine Anforderung. Man muss den und den Abschluss haben, man muss studiert haben, man braucht so und so viele Jahre Berufserfahrung, whatever, die alles haben wollen. Bei Sensi nicht. Da ist es vollkommen wurscht. Bist du dick, dünn, erfolgreich, hast du Hauptschule, hast du Gymnasium, hast du studiert. Es ist vollkommen egal, denn wir brauchen nur eine Sache. Leute, die Bock auf die Sache haben, die Lust haben, die im Bestfall das Produkt lieben und Lust haben, das zu teilen und dafür im Endeffekt noch bezahlt zu werden. Und natürlich habe ich auch schon gehört, wie sie den Verdienstplan auseinanderzupfen. Natürlich verdient nicht jeder, der bei Sensi einsteigt, direkt von heute auf morgen mehrere tausend Euro. Nein, nein, nein. Das habe ich und auch kein anderer jemals gesagt. Das baut sich langsam auf. Natürlich fängt man mal klein an. Natürlich war meine erste Provision am Anfang auch unter 100 Euro. Natürlich, man fängt ja mal an. Aber wer nicht startet, der kann auch nicht irgendwann oben ankommen. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie intensiv man sein Geschäft betreibt. Okay, ich möchte das Video nicht in die Länge treiben. Nochmal die Nachricht. Sensi ist kein Schneeballsystem. Und für alle die, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben, tippt es mal in Google ein. Weil da gibt es ganz, ganz tolle Erklärungen auch nochmal dazu. Und informiert euch doch bitte vorher, was ein Schneeballsystem ist, bevor ihr damit auf andere losgeht. Okay, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis ganz bald wieder mit mehr positiven Feedback. Und versprochen wieder mit ganz tollen Düften und neuen Lämpchen. Und mal schauen, was wir als nächstes so zum Zeigen haben. Bis bald!